hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es geht weiter mit sims 4 an die uni endlich es hat ewig gedauert bis wir hier endlich wieder dabei sind heute ohne face game weil ja ne ich mache ja hier mal so mal so so und wir gucken jetzt sie braucht gerade gar nicht mal so viel ich weiß gar nicht mehr in welchem raum warum steht das da okay ich glaube sie war hier ja genau das ist ihr laptop dann wollen wir sie natürlich ihre arbeit da schreiben lassen wie ging das nochmal ist jetzt die frage universität abschlussarbeit so und wir schreiben erstmal die für fitness würde ich sagen wir haben glaube ich am selben tag das oder fitness ist in vier tagen und das andere habe ich schon wieder vergessen was wir warte reichen die abschlussprüfung ein hier das sind fünf tagen also war das gut weil wenn wir es dann am wochenende nicht schaffen war das weiter zu kriegen dann können wir das so machen und heute ist es auch so war das nicht heute hatten wir nicht irgendwann ein ereignis geplant die saft party am samstag okay gut das ist morgen dann tatsächlich das ist jetzt endlich auch hier angezeigt weil vorher war das glaube ich nicht so also ich kann mich nicht daran erinnern das ist auf jeden fall in einem update anscheinend dazu gekommen das ist sehr sehr schön haben wir denn heute noch wir haben heute noch finanzvertrauen okay aber da haben wir die hausaufgaben schon fertig das ist supi denn das kriegen wir dann isien was macht sie da zum kurs gehen ach so sie geht jetzt schon los gut dann machen wir das dann hat sie wenigstens schon mal angefangen ist ja auch schon mal gar nicht mal so schlecht na gut ähm ja ich bin es schon wieder nicht gewohnt dass wir hier ähm ein video machen ohne dass man mich zum einen nicht sieht und zum anderen dass wir hier nicht schneiden werden ach ja aber hey ich habe meine gute elaine schon ein bisschen vermisst also ja ich meine das ist ja trotzdem hier so ein projekt was ich ja auch auf jeden fall zu ende führen möchte und das ist das habe ich ja auch gesagt deswegen versuche ich das jetzt öfter zu machen wir können ja versuchen dass das montags ab und zu jetzt auch kommt ich habe es jetzt halt nur nicht geschafft ähm ich wollte ja eigentlich vor produzieren ganz viel und so hat jetzt aber nicht so gut funktioniert alles wie ich wollte ähm deswegen muss ich jetzt ein bisschen gucken dass ich das jetzt alles ein bisschen anders regeln aber wir kriegen da schon irgendwie hin und ähm das hier kommt einfach dann wann es kommt ähm ich versuche halt eben dass es dann montags vielleicht kommt und wir versuchen genauso dass ähm ja wenn ich mittwochs keine idee habe dass die dann das dann einfach an die uni kommt oder so keine ahnung und den haben wir umgestaltet yeah unsere friendos genau wir haben ja ähm ich habe ja ein video gemacht wo wir hier unsere leitung gestylt haben nicht alle ähm bei weitem nicht aber ein paar zumindest als ob ich olivier nicht umgestylt habe und wir sind am meisten mit dem befreundet aber irgendwie haben wir den nicht gar nicht ich kann gerade gar nichts machen okay ja weil sonst ähm würde ich mal gucken ob ich weil ich weiß nicht ich kann mich nicht so unabhängig daran erinnern ob ich den umgestylt habe oder nicht weil eigentlich sieht das alles nicht so aus hätte ich den umgestylt aber ich habe auf jeden fall hier hektor ist auf jeden fall umgestylt der das sieht man auch kann ich mal kurz gucken weil ich bin mir ziemlich sicher dass ich den umgestylt hatte oder hä warum hat er denn da noch das warum sieht er da so anders aus aber hier ist doch alles fein seine haare sind so wie sie sein sollen warum hat er dann auch diese gelben haare vor allem diese zöpfe also das ist jetzt nicht so das der style mit dem ich fahren wollte ja aber er wird zumindest so angezeigt normal deswegen scheint es ja irgendwie funktioniert zu haben aber ich glaube das spiel hat das einfach noch nicht verstanden dass er jetzt anders aussieht manchmal passieren dinge die man nicht verstehen kann weil es einfach ein spiel ist also sie braucht ganz viel spaß auf jeden fall dann würde ich sagen kann sie ja mit ihrem fahrrad ein bisschen rumfahren ich meine dafür hat sie das ja kann mit dem fahrrad rumfahren so easy das macht sie ein paar minütchen ich weiß auch nicht wie wir unsere miete bezahlen sollen später ne weil das soll wohl relativ teuer sein und wir haben nicht so viel geld das wird ein bisschen kritisch oder haben wir direkt bezahlt gehabt kann auch sein ne dass wir direkt bezahlt gehabt haben oder ich weiß das schon nicht mehr die erste part ist schon eine weile her ne das ist immer so eine sache so das reicht ab nach hause du steigst aber nicht ab oder ich wollte gerade sagen last exception meldung juhu immerhin kann sie jetzt bessere fitness fitness ist gut für ihr dings hier das ist okay so dann geht sie pullern einmal und dann kann sie sich ja erstmal weiter an ihre arbeit setzen das ist natürlich das was wir jetzt auf jeden fall erstmal machen müssen denn ja ach wir haben beide schon angefangen okay gut ja auf jeden fall ist das sonst ein bisschen viel wenn wir alles jetzt nur am wochenende machen wollen vor allem weil wir eine party schmeißen wollen ja wir haben mit ihm noch gar nicht geredet gehabt vielleicht äh quatschen wir erstmal mit ihm weil er sieht gut aus und gut aussehen ist ja schon mal ein vorteil hier ne und wir können mit ähm Olivier auch leben also best sims heißt mir nach ne ich glaube ich hatte da random gemacht ne ich teile einfach fotos mit ihm keine ahnung vielleicht ist das einfach unser bester freund oder so freund ja die quatschen jetzt noch cool die scheinen sich auch gut zu verstehen e-sports spiele finden jeden freitag um 18 Uhr in der ubrite arena statt tickets können in arena vor jedem spiel gekauft werden ich habe aber kein geld also zumindest nicht genug geld um irgendwas zu tun in meinem leben den habe ich auch umgestylt oder also zumindest sieht er so aus und ich glaube er auch ich kann mich schon nicht mehr so dran erinnern sie auf jeden fall hier können wir uns auch vorstellen weil ich meine sie hat pinke Haare nice warum zieht er sich dann um und hat dann diese Haare es ergibt gar keinen Sinn ist hier gerade so ein nur so eine veranstaltung oder so jo sieht so aus ne nein yes minder nein wenn ich jetzt hier bei Organisation gucke gerade stattfinden dann ist es das hier ne jo dann geben wir dem einen high five oh ja das ist genau das was wir wollen okay er macht irgendwas in seinem leben passiert auf jeden fall so hello what up in the club okay wenn ich jetzt hier drücke und das hier mache ich bin ja schon da warum lädt es dann trotzdem es ergibt keinen sinn aber das ist halt dieses spiel einfach wir sind schon da aber es muss trotzdem laden aber ja es ist doch woanders oh ich dachte okay er hat mich gesehen gut dann können wir uns ja anfreunden ne franklin wir haben noch nie ein wort miteinander geredet aber du kommst einfach mit wenn hier jetzt einer hinkommt und Sachen verkauft und essen dann können wir die auch auf jeden fall mitnehmen äh das sehe ich dann natürlich auch ein hier warum ruckelt es so ein bisschen das ist nicht so toll aber die frau kommt hier das ist glaube ich sogar ja Moira 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 Feiers die eine da aus ähm ähm Windenburg glaube ich ich glaube die kam aus Windenburg oh er ist kokett warum mein Spiel mein Spiel ist heute nicht so am Start wie es sein sollte so mache ich mal ein Kompliment in das Outfit oder so und dann holen wir uns ähm wir holen uns ein Bratähnchen Bratähnchen ich finde es gut dass uns wenigstens das Essen nichts kostet das wäre sonst sehr sehr kritisch äh gut ich meine warum kommst du nicht einfach rein dann können wir uns jetzt zusammensetzen wie wäre es so zusammensitzen nein du sollst erst das Essen holen girl hol das Essen ja okay und der kommt auch das ist gut und dann talk doch einfach mal ein bisschen über Fitnesstechniken reden und von Herzen kommt das Kompliment und kennenlernen und von Essen schwärmen das fühle ich auf jeden Fall sehr über Interessen reden I mean je mehr Freunde wir haben desto cooler ne ich dachte hier wäre jetzt voll die krasse Veranstaltung aber irgendwie passiert halt gar nichts und das ist irgendwie sad hm vielleicht habe ich es auch einfach übersehen oder so keine Ahnung so ich würde das auch alles nochmal umbauen irgendwann aber das Ding ist das werde ich vielleicht nicht in dem Uni Let's Play noch schaffen weil naja es ist halt immer so eine Sache mit der Zeit weil das Umbauen dauert natürlich auch ein paar Stunden teilweise je nachdem wie man und was man ne und ähm ja die Zeit habe ich jetzt nicht immer so du isst jetzt auf und dann gehst du nach Hause ich hab gesagt du isst auf girl das funktioniert so nicht das Essen ist einfach weg okay dann nicht dann geh einfach manchmal passieren hier einfach so Dinge die kann man sich nicht so erklären ne die kann man sich nicht erklären schrecklich ach man ach man gut ich bin froh endlich wieder an die Uni zu spielen ich wollte die ganze Zeit weiterspielen aber ich hab's einfach nicht gepackt ich hab's nicht gepackt Mensch so und sie kann jetzt noch ein bisschen weiter anschreiben denke ich mal weil es ist halt einfach nötig aber bevor sie jetzt ähm komplett verkackt ist es vielleicht besser wenn sie das einfach hier durchzieht was lernt sie denn dabei wenn sie hier schreibt weil da geht ein Balken hoch aber hier wird nichts angezeigt auch wenn ich das so mache hm hm who knows weil ich finde den Laptop cool weil er blinkt und man kann mich beeindrucken mit einem blinkenden Laptop oh ja that's me right there so er sieht nicht so glücklich aus aber warum sollte man hier auch glücklich sein gerade so und er ich ähm lass ihn jetzt einfach umziehen weil das seh ich nicht ein ma ey oh no warum was sind das für Outfits warum sind die noch existent ich schwöre ich gehe jetzt nochmal in den Kratos mit ihm weil das kann doch nicht sein hat er irgendwie mehrere Outfits oder so angeklickt hier warte wenn man jetzt hier guckt oh ja okay I found it so welches ist jetzt unsers das hier ist unsers ne so das kann auch weg das kann alles weg tschüss 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 und sonst ist alles gut und dann habe ich es jetzt endlich geregelt wow aber hä ich dachte dann ist das scheinbar doch ein erstellter Sim gewesen oder so in irgendeiner Form aber kann doch nicht sein weil das sind doch CC Haare weil ähm dann würde es wenigstens Sinn ergeben also ich habe noch nie gesehen dass die da mehrere Outfits hatten ganz ehrlich aber naja jetzt sieht der normal aus das ist doch gut warum geht der nicht auf Klo ich meine das ist unser einziger Freund hier gerade ähm ne also so mit dem wir so enger sind ja er steht auch Freund da richtig sweet ey so Elaine hat den Entwurf der Abflussarbeit fertiggestellt sie kann sie jetzt weiter bearbeiten oder unbearbeitet einreichen gut sie kann erstmal essen das ist eine gute Idee öh das ist verboten ne 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 das isst du nicht aber ähm hier in so einem Brathähnchen isst du einfach nam 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 weil verdorben das essen das essen wir hier nicht das sehe ich gar nicht mal ein sie ist sehr sehr müde kann man einsehen wie die warte kann man sieht man die hier ist das hier zulassungsbescheid kann man das hier einsehen wie das aussieht Abschlussarbeit Qualität schlecht okay das steht dann da okay das ist gut zu wissen warum sitzt ihr auf meinem Bett das go away funktioniert immer noch nicht oder oder doch es funktioniert wieder oh mein Gott I love my life so much man kann sie schlafen das ist hier ihr Bett just go away funktioniert wieder Leute oh mein Gott und ich hab noch nicht mal die Dings updaten müssen I'm in love wahrscheinlich hat irgendwas wieder im Code geändert gehabt was jetzt wieder das äh funktionierbar macht aber ähm das sehe ich auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine gute Sache hier so schlafen 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 hat sie da eine andere Frisur ja ne schon wieder voll von verplant wie sie eigentlich aussieht in ihrem Leben aber wir haben jetzt auch echt lange nicht gespielt ne Debattiergefecht okay mach du nur so dann geht sie gleich pullern und duschen sie sieht so süß aus ich höre ich kann mir so süß aussehen wie sie okay sie pinkelt sich anscheinend gerade ein weil sie sitzt noch nicht drauf aber ihr Blasenbedürfnis geht schon hoch Entschuldigung das funktioniert so nicht es funktioniert wirklich so nicht da muss sie dann gleich ihre Arbeit noch einmal bearbeiten und heute Abend ist dann unsere Party die wird dann zwar erst im nächsten Part stattfinden aber hey dafür sind wir doch bereit oder ich bin auf jeden Fall sehr bereit dafür ich habe Saftpartys glaube ich noch gar nicht gesehen gehabt obwohl kann sein dass ich sie schon mal gesehen gehabt habe aber ich habe ich habe noch gar nicht sonst ohne jedings hier gespielt deswegen it's all new for me auch wenn das Pack schon jetzt doch einige Zeit ähm hier vorbei ist bearbeiten so weil die Qualität ist schlecht und wir wollen natürlich gute Qualität haben und ich räume mal kurz meinen Müll hier weg es ist nicht mein Müll aber es ist ein Müll und den äh das muss ja nicht sein ne der kann ja tschüss so weil ich meine warum sollte ich im Müll rumliegen wäre ja ein bisschen fies so gegenüber den anderen auch einfach ne es muss ja nicht sein so ab in den Mülleimer er räumt auch auf supi dupi supi dupi sag ich dazu nur also da machen wir ein bisschen hin damit wir dann im nächsten Part vielleicht direkt starten können so do it do it do it sie sieht sehr konzentriert aus auf jeden Fall ich will die ganze Zeit irgendwie einen süßen Screenshot machen oh cutie okay nehmen wir das weil ich brauche natürlich noch ein cutes Thumbnail hier ne und dann wenn man halt so ist doch ganz cute wenn ihr wissen wollt wie ich meine Thumbnails mache mhm aber will eh keiner wissen haha aber ja meistens mache ich ja eh mit dem Postplayer wo viele ja nicht wissen wie das funktioniert aber ich denke mir so es ist jetzt nicht so schwer vielleicht mache ich irgendwann mal ein Tutorial dazu oder so I don't know maybe so wie ich es ja auch zum CC außer Tien Video gemacht habe manchmal ist es schon ganz äh gut ein Tutorial zu haben auch auf seiner eigenen Sprache ne weil solche Videos gibt es zuhauf im Englischen aber manchmal ist es einfach verwirrend das auf Englisch nur zu lesen ähm ja deswegen dachte ich mir so verrückt so sieht gut aus auch wenn weitere Überarbeitungen sie nicht mehr deutlich verbessern werden könnte ist Elaine helfen wir gucken mal Abschlussarbeit Abgeschriebene wieso abgeschrieben hä verstehe ich jetzt nicht ich habe doch nichts abgeschrieben hervorragend auf jeden Fall würde ich gerne einreichen so ich meine wenn es hervorragend ist let's go sie ist so eine süße Maus oh eine meiner besten Sims ever vor allem weil sie einfach Maxis Match Sim ist und sie ist trotzdem so cool yay jetzt haben wir das hier in gelb oder gold whatever und damit beenden wir jetzt den Part und beim nächsten Mal können wir dann passend unsere Party schmeißen und ich bin absolut bereit dafür oh mein Gott wir sehen uns das nächste Mal bis dahin und tschüss